Herzlich willkommen zur fünften Folge unseres Survival-Projektes. Es geht weiter, mit dabei ist heute mal wieder der Tiptop-Kammer77 und der Family. Moin! Moin! Ja, und ihr seht schon, es hat sich ein bisschen was verändert. Im letzten Part waren wir noch in der Höhle. Die haben wir verlassen und haben zwischendurch eine Himmelsbase gebaut. Da die aber nichts geworden ist, ziehen wir heute erneut um. Vorhin gab es auch noch einen Angriff von Phantomen, das sind diese fliegenden Falken. Und ich habe schon eine kleine Hunde-Army gezüchtet, wie man sehen kann. Ich hatte nämlich noch Skelette getötet und noch ein paar Knochen bekommen. Und dann bin ich auf Hundesuche gegangen, privat, und da habe ich jetzt schon vier Hunde. Und ich werde die auf jeden Fall dann noch weiter vermehren, damit das hier eine ganze richtige Hunde-Army wird. Jonah? Jo. Äh, halt mal die F5-Taste gedrückt. Wieso? LOL! Mach mal. Ne, mach ich jetzt nicht. Ey, dann switchst du so richtig schnell hin und her. Ah ja, okay, mach ich jetzt mal lieber nicht. Doch, mach mal, das machen wir krass, Leute. Ja, okay. Ne, äh, ja. Genau. Auf jeden Fall geht es jetzt weiter. Mir fällt gerade auf, ich habe gar keine Musiker gemacht, ich Idiot. Mach ich mal schnell noch. Idiot. Spaß. Ähm, habt ihr noch Level? Ich hab sechs. Ach, Mann. Leute, da ist nicht alles drin. Schatz. Ey, das ist die Chess von Manu. Ja, ich wollte mir nur anschauen. Was haben die denn alles für Zeug? Ja, die hat... Ja, aber der hat ein Scharpfen ist viel Schwert, aber mein Schwert ist besser. Du brauchst aber keinen Scharpfen. Hat er auch nicht. Ja, wie soll sagst du dann, dass eins besser ist? Könnt ihr mal kurz leise sein? Ihr habt gleich viel. Nein, ich hab noch Feieraspekt und Haltbarkeit. Junge, nicht aufs Pferd. So. Jonas hat doch gerade mein Eisen genommen. Nö. Hä? Wieso ist das denn da weg? Ich hab's definitiv nicht genommen. Jo, auf jeden Fall geht das jetzt weiter. Definitiv, nein. Sorry, jetzt wegen der Musik. Ja, ich würde mal sagen, wir gehen weiterfahren. Wir sind mittlerweile schon alle ziemlich gut ausgerüstet. Ich hab auch jetzt meine erste Enderperle, weil ich noch privat einen Enderman getötet hab. Ey, ich brauch noch den Amboss. Ah, der ist hier. Okay, ja. Leute, wir brauchen... Irgendjemand muss eine Eisenpicker-Fahne da hochgehen. Und die ganzen Sachen einsammeln von oben. Weil da ist noch ein Charming-Table und so. Ich hab gar keine Eisenpicker-Fahne. Ich hab gar keine Eisenpicker-Fahne gebaut. Ja, wir hatten ja erstmal eine Skybase und die ist halt in die Hose gegangen. Ja, was ist denn passiert? Die sah einfach scheiße aus. Wir sind auch Bären, geil. Ich weiß noch damals, dass man dafür immer Mods braucht. Jetzt ist das viel geiler. Ja. Ja, die Folge wird umgeschnitten sein, weil mein Cutter dann überfordert sein wird. Deswegen, ja. Achso, du bist ja zuständig, weil die Kuh schafft es nicht. Was? Ja, ja, also... Nee, er ist halt überfordert, meint er mit seinen eigenen Videos, weil die muss er auch noch machen. Deswegen wird diese Folge umgeschnitten sein. Irgendjemand von euch Eisen. Ja, ich hab 18. Ich hab 1, 1. Ja, drop mal. Dylan. Ja, da. Es wird im Übrigen auch dann zum Finale des Projektes noch einen Stream geben. Bin ich mal gespannt, wie die dann zugefallen. Bei mir leider nicht. Aber wir müssen erst vorher alles hochladen. Erst wenn alles hochgeladen ist und wir ready sind, gibt's die Final Stream. Logisch, logisch. Aber ihr müsst ja überall mitkommen. Deswegen nerve ich auch gerade meinen Kassel, dass er so schnell wie möglich macht. Weil die erste... Ich bin runtergefahren. Weil es ist jetzt gerade erst mal die erste Folge bei mir hochgekommen. Bei mir auch. Und ich werde jetzt immer in einen Tag hoch... Ne... Einen Tag, zwei Videos. Ich werde dann später noch... Das war bei mir nicht. Oh, die Chunks. Ja, ich weiß, der ist jetzt seit ein, zwei Stunden ein bisschen überfordert. Das war aber... Ich hoffe mal, das bessert sich jetzt. Oh, der andere Rund ist jetzt auch groß. Ihr habt die Folge schon hochgeladen, sagt ihr. Die erste Folge. Eine Folge, die erste Folge. Das macht überhaupt keinen Sinn, weil eigentlich habe ich schon... Das ist eigentlich übelst dumm. Warum? Ähm, weil... Also nicht von euch, aber... Ich habe schon wieder keine Nachricht bekommen, wo ich bei euch beiden die Glocke anhab. Hm. Ja, dann backt wahrscheinlich YouTube. Mal wieder. Ist ja kein Geheimnis. Hey, jetzt ist die Glocke bei euch beiden aus. Lul. Ich habe auch gesehen, dass du mich erst letztens wieder abonniert hast. Du warst der 90. Abonnent. Was? Ich habe erst gesehen, dass Dill mich letztens wieder abonniert hat. Der war der 90. Abonnent. Wieso hattest du mich nicht abonniert? Na, weil... Weil ich wollte Selim triggern, weil der hat gesagt, dass du 90 erreicht hast. Das habe ich mir gesagt, nö, hat er nicht. Ah, ja. Deswegen habe ich das gemacht. Und dann habe ich dich deabonniert und du hattest irgendwie trotzdem noch 90. Vielleicht hat er genau denselben noch jemand abonniert. So, Leute, ich werde das jetzt hier bauen und nur mit Fichtenholz. Also, ihr müsst euch vorstellen, ich habe ihn deabonniert. Er hatte 90. Dann habe ich wieder abonniert, hatte er immer noch 90. Vor allem Max hat mich jetzt sogar überholt, ne? Der hat jetzt aktuell ein Abo mehr als ich. Was? Ja. Ja, was? Max kommt mir so vor, als hätte der Bots. Deswegen? Also, jetzt nichts gegen ihn, aber das kommt mir wirklich so vor. Oh Gott, die Musik ist... Ja, das ist nicht normal, wie viele Abos er macht. Nur wegen Streams. Ja, ich meine... Wenn ich jetzt 24 Streams streamen würde, mache ich auch keine Abos dazu. Ja, das ist, glaube ich, innerhalb von zwei oder drei Tagen durch Streams 20 Abos dazu gebunden. Fast. Ja, nee, 14, 15. Das sind Safebots. Kann mir niemand was erzählen. Das ist keine Bots. Nein, nicht unbedingt, aber es kommt mir jetzt so... Bin niemals so vor. Naja, es haben ihn andere Leute mit Fake Accounts abonniert. So viel sage ich mal. Ich war ja ein bisschen in den Streams, aber noch das haben wir es mitbekommen. Es haben ihn andere Leute mit Fake Accounts abonniert, die ihn halt supporten. Weißt du, ihr kriegt so irgendwelche Kommentare von, also ich meine jetzt Jan und Max, so Ja, macht weiter so. Ich kriege so von Typen Antworten, die so zu mir sagen, ja, du hast voll die tiefe Stimme, ja, die ist voll cool. Ey, aber bei meinem neuesten Video, wo mega viel Kritik einkam, also nur von den Dislex her und die Kommentaren bestehen halt nur wegen, geil, lass Abo da und so. Ja, drei sind es. Ja, also drei. Das waren die einzigen, die wir auch kommentiert haben. Ja. Also. Alter, der Fire Aspect ist so wichtig, weil ich mach halt so einen Jamsprung auf die Schweine und die sind direkt schon gebraten. Ja, ich hab leider... Jamsprung, Alter. Warte mal, ich hab ja... Hm, jetzt ist die Frage, soll ich das probieren? Ist hier eine Workbench irgendwo? Wieso? Was willst du machen? Vor allem Jonah. Ich mach mir jetzt nochmal einen Dearschwert, ich hab ja noch zwei Dears. Ich mach mir jetzt nochmal einen Dearschwert und will mal gucken, ob ich eine Enchantment hebe, falls ihr einen habt. Äh, Fire Aspect einkam. Ja, hab einen. Okay, kannst du platzieren mal? Ich hab noch einen Abnuss, wenn du keinen hast. Von der Workbench vielleicht noch, wenn möglich, verzonnen hast. Ah, da hinten, da ist ein Workbench. Ja, okay, okay. Hab ich nicht gesehen. Wenn das jetzt funktioniert, wäre das richtig cool. Wieso platziere ich zwei Sticks? Was denn? Ich will Fire Aspect aufbekommen, wie ich es mitbekommen hab. Ah, einen Rückschluss hab ich leider nur. Äh, wenn du mehr... Acht, eins, zwei, drei. Ich mach mir jetzt mal einen Goldschwert, den Enchant das schnell und dann guck ich dann noch mal was aus dir schlösschen. Alter, da brauchst du wirklich Haltbarkeit. Ja, ich weiß. Mindestens Haltbarkeit für den Wurde, für drei. Ich hab jetzt einfach mal Schärfe. So, Leute, ich hab, äh, hier erstmal fertig und ich hab gleich meinen ersten Stack nur verbraucht und ich hab noch vier, fünf oder so. Vor allem, Jona. Ich glaub, ich geh jetzt noch nach Goldäpfel fahren. Ähm, OPäpfel sind ja erlaubt, oder? Das ist wahrscheinlich schon. Äh, ja. Okay. Ähm, äh, ähm, was hat der unter Rüger? Ja, ich weiß, dass ich Goldblöcke brauche. Mach, ich hatte ja sogar in den Kommentaren geschrieben, dass er mitmachen will. Äh, was? Ich hab Joan an den Kommentaren, dass er mitspielen will bei uns im Projekt, aber jetzt muss ich das eh nicht mehr. Ja, es ist eh zu spät. Aber der muss doch nicht überall immer mitmachen. Selbst wenn, hätte ich ihn nicht gelassen, Alter. Jetzt, äh, äh. Ich geh bei euch rein, er soll, geh raus. Ich denk mir so, Bruder. Was ist Schwungkraft, Leute, was bewirkt das? Schwungkraft? Ja. Kannst du schneller mit dem Schwerst schlagen. Digga, ich kann das hier nicht hinten nicht auch noch machen. Das ist doch auch gar nicht so schlecht, das mach ich mal. Ja, Schwungkraft eins, why not? Ich kann das Zeug hier nicht einsam, aber das ist überzeiht. Das ist nervig. Oh Gott, neun Erfahrungspunkte brauche ich dafür. Alter, ich brauche 16 für mein Schwert-Upgrade. Naja, so viel schneller ist das jetzt auch nicht. Aber auf Dauer ist das, also, so. Ja gut, hat sich jetzt nicht gelohnt, egal. Ist das ein Eisenschwert, was du hast? Naja, lieber Schert. Mann. Ich wollte auch, ich wollte auch, ich wollte auch ein Dior Schwert-Feuer-Spec bekommen, aber hat leider nicht funktioniert. Was soll's. Also, ich hab grad Übitz-Kohle gefunden an so einem Berg. Ich werd' jetzt das Dach fertig bauen, dann müsst ihr wieder leften. Jo. Oder wir machen uns einfach alle drei Bette. Ich hab' leider keine, also ich hab' jetzt auch nicht das Material. Oder komm' mal, äh, zu meiner Base. Jo. Wieso ich nicht? Ich bin hier. Ja, ich dachte, du wärst ein bisschen weiter weg. Ja, bin ich auch, ich bin über zwei direkt. Deswegen. Jo, sag an. Hast du Holz? Hast du Holz? Oh, oh. Ist da grad'n Hund runtergefallen? Ich sag' die Mannen Steaks alle her. Die sind einem blöd. Alter, ja, die fallen hier alle runter. Alter, äh, weißt du? Du kennst ja bestimmt das, ähm, Hunde-Jungen-Kid oder wie das heißt auf Sky-Wolfs-Jungen. Ja, Wolfs-Jungen. Warte mal, ist fehl' grad'n. Ja, die fallen da immer runter, wenn ich das mit, wo ich mit John nochmal gespielt hab. Äh. Ja, das ist dumm, die Hunde im Sky-Wars. Ich hab' jetzt aber grad nur drei Runde. Ich hab' ja eigentlich vier. Wo ist der Viert? Äh, den hab' ich. Einer ist unten. Der sitzt. Nur. Ach so. Äh, wo denn? Ey, ich bräu... LOL! Die kommen alle... Äh, die brotten sich. Gott sei Dank, Alter. Wo ist jetzt der eine, der sitzt? Da hinten, da hinten, da hinten. Was macht der denn da? Wo sitzt der? Hör mal. Pommes! Ja. So, Holz, hattest du gefragt. Nee, aber ich leide nicht, aber ich kann ja kurz welches abholen. Ja, ja, ja. Ja, fahr' mir mal welches. Ich brauch' sehr viel. Nein! Oh, ne, nicht die Viecher. Schläft mal schnell. Warte, ich will die jetzt mal kaputt machen. Komm doch her. Hat Übelzett. Einer da. Einen haben wir. Feiert den anderen. LOL, das... LOL, die haben Übelzettel. Phantomhaut. Ich komm wieder rauf. LOL. Leute, einer muss sich zwei Betten craften. Ja, ich hab' nicht das Material dafür. Kannst du das machen? Ich hab' nicht mal Wolle. Ja, ich eben auch. Ich hab' halt nur Steaks. Brauchen wir Steaks? Ich könnte was essen. Nee, essen brauch' ich nicht. Ich hab' halt mehrere Steaks. Oh, hier ist mein Saucet. Ein Essen jetzt, oder was? Ja, ich kann vielleicht ein bisschen Essen jetzt gebrauchen, weil meine Essen ist dran drin. Äh, ja, hier hast du ein halbes, äh, Steak fast. Jo. Danke. Beides ist ja so geil, dass es direkt gebraten ist. Achso, wo ist denn der Amboss? Ja. Hunde sind alle da, sehr schön. Hä, der eine Hund greift das Pferd an? Nee, doch nicht. Ich bin's 1 Hobby-Gärtner. Oh, no. So, wir haben hier das Sous-Saint. Kann irgendjemand Holzfangen geben? Nee, die Viecher sind schon wieder hier, Jungs. Die greift dich an. Ist egal. Ja, wenn der herkommt, dann wird brennen. Brennt. Nice hit. Ich schieße ihn jetzt mal mit dem Bogen ab. Mit der Armbrust. Bam, Alter. Lol. War das mit der Armbrust oder mit dem Bogen? Mit dem Bogen. Ja, ich habe ein Goldschwert bekommen. War ein 1. Nein, 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 hier. Ja, das kommt von mir. Ja, hier ist diese Haut. Ja, für was? Wenn man damit Schwert machen kann. Nee. Dann hast du dein Fias in meiner Hose. In deiner Hose. Nee, ich habe immer noch gar keine gefunden. Jonah, kannst du mal bitte Holzfangen gehen? Das wäre ich nicht. Wenn ich eine Axt von dir bekommen könnte, wäre es sehr cool. Dann würde ich es machen. Bis die Axt kaputt ist, dann. Jo. Peter, was soll das bringen? Was soll das bringen? Was soll das bringen? Ja, eine Dia Axt hätte ich mir auch noch mal. Nee, nee, hätte ich mir nicht. Ich weiß ja nicht, ob ihr schon mal Minecraft Pocket Edition gespielt habt. Ja. Nee. Aber damals halt so... So einen Müll spiel ich nicht. Hä? Pocket Edition ist einfach nur Müll. Eigentlich nicht, aber okay. Ich sag nur ein Wort. Steuerung. Ja, die... Das ist doch absolut geil. Ja, nee, ich fand die Steuerung auch nie cool. Also Pocket Edition habe ich kein Problem mit, aber die Steuerung war nie cool. Na gut, ihr seid... Ihr habt ja auch nicht mit Minecraft so richtig angespielt zu fangen, mit Focker. Ja, ich bin ja eher die PC-Version gewöhnt. Ja, die finde ich auch geil, aber trotzdem. Ach, Jonathan, hier bist du. Ich wollte schon gerade die random Wolfe zielaufen. Wolfe. Aber hier sind aber Schafe für Betten. Ja, nein, es fahren. Dann machen wir alle Bette. Ähm, auf jeden Fall. Leute, ich würde jetzt wie so ein Hotel, dass jeder sein eigenes Zimmer hat und dann auch so einrichtet. Das wäre geil. Ja, aber was ich jetzt auf jeden Fall sagen wollte, ist, ähm, wegen der Pocket Edition, da gab es damals so ein Bug, wenn man das betiteln kann. Da war es halt so, du hast halt, ähm... Hä? Warte mal, hier steht gerade im Chat, Server flüstert dir zu, hi. Server flüstert dir zu, hä? Warte mal. Das ist dann wahrscheinlich Bin. Ja, der ist ja auch gerade in der Discord. Ah ja. Ey, Leute, beeilt euch mal mit dem Bedcraften, weil, äh, die Zombies hier facken schon ab. Na, auf jeden Fall die Sache ist, der Contestrite, wenn du jetzt, sag ich, jetzt mal mit einer, äh, Dia-Spitzhacke abgebaut hast, oder mit einer Gold-Spitzhacke. Ja, ich hab anderthalb Stacks, vollzüglich. Hier, Jan, nimm mal. Du kannst halt schnell in die Lungen, äh... Dylan? Jan, hier. Ja? Ja, vielen Dank, danke. LOL. Server, hi, steht das bei euch auch jetzt? Ja. Bin vor Support. Guten Morgen, Frau Mr. Server. What the fuck? Der, ich sag euch, dieses Haus, es wird einfach mehrere Räume haben. Ne, Digga, es hat auch ein Haus nicht überhaupt an sich. Server wurde von Server erschlagen. Ah, hier. Aua. Der tat weh. Ich muss dir so vorstellen, du musst so einen Server, einen Haus haben auch mit einem anderen Server übelst drauf. Der Haus mit Hypixel voll auf, ähm, Reefergames drauf. Oder mit Nerox auf Gomme. Ach du Scheiße. Ich kann euch nicht hören, sagt Ben. Hä? Schau mal im Discord. Oh, Jungs, ey, das ist ja, wenn du hoffst, dann bist du doof. Ja, weiß ich noch. Hey, wo schreibt er das? Ja, weil du dir doch die ganze Zeit muteest, Dylan. Kannst du uns jetzt hören? Ey, ist da ein Channel drin. Ich habe keine Rechte zum Hören und Reden. Hi, 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 hi. Hi, Ben. Ich bin's, Mr. Server. Ja. Ben, wir, äh, das Haus haben wir jetzt umgebaut und werden nur in Holz. bauen. Ist es okay, wenn ich eure Chests abgebaut habe und die Sachen von, ähm, Abend? Hast du das eh schon gemacht? Abend, ist es okay, dass ich versehentlich dein Pferd getötet habe? Nee, äh. Spaß. Was hast du mit dem Dattel und die Rüstung hast? Äh, nö, ist alles verbrannt. Spaß, ist alles da. Äh, ich habe jetzt dein Pferd darunter geholt von der Base und, äh, bei uns angekettet. Ist das okay, dass ich das jetzt ohne geholt habe? Ich bin gleich wieder da. Bei, Manu. Manuel Jackson. Samuel Jackson, nice. Ich weiß. Welcher ist eigentlich euer lieben Torspieler? Ich habe gar keinen. Keine Ahnung. Johnny Depp. Johnny Depp. Ich gehe halt Depp. Ich, ich, Digger Depp. Äh, ich fand, äh, den Thor geil. Der Thor-Schauspieler. Ich weiß, ich weiß gerade nicht, wie der heißt. Ich weiß auch gerade nicht, wie der heißt. Aber trotzdem, der, äh, der ist ein guter Schauspieler. Gut, gut, gut. Vor allem die Sache ist, Thor sieht einfach genauso aus wie mein Bruder. Ach du Scheiß. Auch wirklich so fett. Oh Gott. Lol. Hat jemand von euch wieder Eisen? Äh, ein Eisen. Oder du meinst ein random Wolf? Bei mir ist ein random Wolf. Was? Wo? Wo wurscht du? Ja, wo wurscht du? Dylan, hast du kein, äh, Iron mehr? Nein, leider nicht. Oh Mann, mir fehlen nur so eine knappe Reihe. Dann bin ich fertig. Filone, wo bist du? Äh, ich bin bei X2157. 2157. Äh, Ben, kommst du auf den Server drauf? Minus 230. Okay, wo bist du denn? Äh, nee, Z-Bads, Minus 230. So Leute, ich beende mal hier. Sorry, dass du die Rüstung gerade zu verpackt hast. Lasst ein Like und ein Abo da. Bei den anderen vorbei. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao. Tschüss. Ciao. Und, äh, weißt du jetzt wo ich bin? Äh, was war nochmal X? Nächste Aufnahme. Äh, X2156. Oh, da bin ich ja. Ich bin viel zu weit. Und, ähm, Z100, äh, minus 251. In der letzten Folge sind wir wieder umgezogen, aber nicht so hart. Und, äh, werden jetzt unsere Base einfach weiterbauen. Wie gesagt, Jonah und Dylan sind wieder auf den Server drauf. Ja, halt. Mein Ziel, mein Ziel, ah, und Ben ist jetzt auch dabei. Ben, ist es okay, wenn ich dein Pferd, äh, nach oben transportiere? Wie willst du's machen? Ja, ich wollt's ein. Weil ich hab, ähm, das alles ja, ähm, abgebaut von der alten Base. Und da hab ich, äh, das runter. Also ich hab Wasser geplaced, bin dann so runtergegangen. Sagt, die hat kein Damage bekommen. Jetzt hab ich's da angeleint. Äh, warte mal. Du, ich hab dich grad nicht gehört, weil er gelacht. Ja, Noel, warum willst du den Maul halten? 2000. Alter. Was? Alter, der macht hilfisch. Schreibst du in den Chat, schreibst du in den Chat. Digger. Hey, ihr Arschlecker. Digger, ganz letztendlich mal den Maul halten, kurz. Ich red grad mit Jonah. Echt? Alter. Oh, ich hab ja noch meinen Miescheck da stehen. Schreib mal kurz in den Chat, bitte. Lecker. Weil, wenn die hier reden, ist das noch ein bisschen schwierig. Also, Ben, wenn du aufs Server kommst, dann kannst du's, äh, ich werd ja selber holen. Ja, aber ich werd mit dem TNT-Boost noch. Aber ist es okay, dass ich von der Base-Runde geholt hab, weil sonst würd's da stehen und dann... Ich hab's jetzt runtergestellt, aber... nicht schlimm, oder? Okay, ich komm dann später, wieder. Hier hinten, er kommt dir entgegen. Äh, was? Hier hinten, hier. Ah, da. Hier ist der Roll. Sticks, oder? Verarscht. Nein, schweiß, du sagst. Wo ist jetzt der Ben hin? Warte? Der ist kurz weg, da er... Bei ihm hat's so geklingelt. Nein, ich meine einer. So, hier, du. Ich hab ihn angerufen. Ja. Okay. Wie macht man sich nochmal, ähm, Ding an... Jetzt lass zurück. So, Leute, wir haben einen neuen Hund. Epic. Epic Games. Ja. Mal schauen, ob ich Season 10 noch spiel. Ich definitiv nicht. Ich bin bei Fortnite noch raus. Season 9 war echt die größte Enttäuschung seit... überhaupt. Oh ja, da stimme ich dir zu. Season 9, Alter. Ich hab die einmal kurz angezogen, dann noch nicht mehr weiter. Wirklich, ich war echt ziemlich enttäusch. Was ist das denn? Ich meine, sie sind 8, war jetzt auch nicht so geil. Was ist der Fuchs? Aber trotzdem. Das ist ein Fuchs. Das ist einfach die absolut größte Enttäuschung überhaupt. Ja, okay, der Fuchs ist weg. Da ist ja noch ein Hund. Ein Fremder. Ne, ist meiner. Das ist meiner, okay. Äh, wo bist du denn? Äh, okay, da vorne ist aber unsere Base wieder. So, Leute, die Treppe ist fertig. Manu? Ja, der ist doch gar nicht hier, oder? Der war vorhin doch da. Jetzt ist er irgendwie weg. Okay, ich muss mal kurz einen Hunde-Check machen. 5 Hunde müssen es insgesamt sein. Das ist ja aber nur 4. Der eine rennt sich da bestimmt irgendwo. Das hat mir bloß nicht der sitzen geblieben. Ne. Ne, ne, der ist mir aber gefolgt eigentlich. 1, 2, 3, 4... Oh, gerade ist mir den Neverwatson richtig auf. Die ist der andere. Die Chess kann Manu ja selber machen. Ja, ja, okay, ich sehe gerade, alle 5 sind da. Oh, die ist noch ein 6er. Ja, ne. Ja, ne. Ich hab zu gold. Hallo! Oh, ne, scheiße, weil ich dich geschlagen habe. Warte, 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 warte. Nein, 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 nehm Platz, nehm Platz. Hallo! Oh, ne. Dylan wird von den Hunden vergewaltigt. Okay, okay, warte. Mach Platz. Ich geb doch eurem Herzen nur Gold. Da einer blöder Köter schaut mich immer noch so. Ey, mein einer Hund ist im Boot. Alter, Junge. Jetzt gerade kriegst du Stress. Ey. Ich kann nicht mehr hinsetzen. Ihr könnt alles jetzt hochtransportieren, weil jetzt werde ich Ironfarm. Äh, was für Iron. Nein, ich wollte den Hunden schauen. Ich wollte das Boot nur kaputt machen. Nein, 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 sie verfolgen nicht. Jungs, lasst ihn. Bleib sitzen. Also, Leute, könnt ihr die ganzen Öfen mal hochtragen. Ich werde jetzt das ganze Holzfarm und so Zimmer bauen für alle. Dann werde ich mit abbauen. Äh, in Manus' Chest ist Iron, 3. Kannst du die da rausnehmen und dann Sticks. Kannst du ja dann mitfahren. Nehme ich mit raus. Ja, in der Kiste ist gar kein Iron. Auch oben rechts. Achso, oben. Ich habe jetzt schon 22 davon. Unverarbeitet. Oh, ich habe 5 Schleifern. Und dann haben sie auch. Ne, doch 4. Weil ich werde es jetzt so machen, dass wir, ich uns 5 so Zimmer baue. Und von dort so jeder seine Chests und so hat. Und so ein Bett. Ich drohe mal, wie viel Level hast denn du? 3, gerade mal. Ich habe 7. Mann, ich bräuchte noch ein halbes Level. Dann kann ich endlich mein Schwert verzaubern und dann noch einen Namen geben. Hä, ich bin gerade falsch. Ja, wir haben einen neuen Hund. Jetzt sind wir schon zu 6. Hallo. Dann baue ich hier mal so einen Weg. Das wird mein Zimmer sein. Alter, ist das eine fette Hundearme hier. Helmut ist jetzt zum richtigen Bauserver noch anstatt nur zum Durchspielen. Hä, wir werden eh noch ein paar 10 Folgen oder so machen. Ja, 10 Folgen weiß ich nicht, ob 10 Folgen werden. Das hier ist jetzt, glaube ich, die 5. Ich schätze so 8, 10, ja, könnten 10 Folgen werden, hast du gerecht. Aber ich schätze mal so 8 Folgen würde ich jetzt aktuell schätzen. Also ich habe manchmal nie ein normal Single-Flight durchgespielt. Ich schon. Ich bin dann halt sehr gespannt, wie es wird, wenn wir das End suchen. Ohne, ich gehe lieber wieder runter. Die fallen doch hier eh alle runter. Die haben genauso einen IQ wie Schick, glaube ich, die Hunde. Der kommt mal hierher, der kommt. So, gehe ich mit Hunden nur weiter. Der kommt, der kommt. Mann, die sollen jetzt herkommen und nicht da hinten stehen. Lungen stehst. Die stehen so wie Menschen. So, jetzt setze ich die hier alle mal hin, wenn es okay ist. Ja, aber du machst dir aber bitte gleich dein Zimmer, ne? Ja, ja. Kannst du die da alle reinmachen? Ja, ja. Ich will die jetzt aber erst mal hinsetzen, damit die hier sicher sind. Dann sagt Jonas, das sind meine neue Kuscheltiere. Genau. Die werde ich verarbeiten zu Stoff. Ah ja. Also es ist wirklich Kuscheltiere. Hattet ihr immer einen Hund oder habt den Hund? Nö, den Hund. Wie live? Ne, ich habe nur eine Katze. Wir haben drei Katzen. Ja, wie momentan auch. Wir hatten auch mal einen Schlenky. Oh, Schlenky, oder? Das Meme. Lass ein Like für Schlenky da, Leute. Bäh. Ah, das haben Leute wirklich gemacht. Die hatten das mal in die Kommentare geschrieben. Ach, der arme Schlenky. Ich bin mir leider das in der Katze gestoppt. Ich lasse ein Like extra dafür da. Aber. Wolli, wie findet ihr bisher mein Hauszimmer? Oder gut. Du seid jetzt hier rechts um beim I. Ähm. Dann weißt du überhaupt, wenn man sowas einfügt? Nein. Deswegen. Oh. Ja, gut. Du kannst es ja selber einfügen. Ah, der Typ Holz. Hä? Du kannst es ja dann selber einfügen. Äh. Ich schaue mir so das Video an. Für welches Zimmer ist jetzt wem hier? Das ist meins. Okay. Akunama Tata. Ich gehe mal nochmal schnell Holzfarm. Ja, ich brauche auch noch viel Holz. Um ein Zimmer. Übrigens. Jeder farmt sich Holz für sein eigenes Zimmer. Ja, okay. Das wollte ich nämlich gerade fragen. Jeder holt jetzt. Und bitte. Holt euch Zäune. Damit man nicht da runter springen kann. Aber. Dass die zwei stackig sind. Also dass die zwei hochgehen. Alter, wie craftet man nochmal Zäune? Das ist wirklich cool. Äh. Das kann ich dir sagen. Äh. Ich war. Also. Ich meine. Ich muss die Musik gleich so machen. Sonst kann ich dir nicht erzählen. Also du musst. Ähm. Also du brauchst halt zwei hoch. Im crafting table. Wie viel. Dylan wie viel Wolle hast du? Ja. Sag mal gleich. Sag mal gleich. Dann ist gut. Wie viel Wolle brauchst du? Äh. Dann probier mal zwei Wolle noch zu fahren. Weil jetzt wird's Nacht. Dass wir alle jetzt ins Bett gehen. Weil ich nicht mit euch schlafen muss. Ah ja. Ja. Stattet euch eigentlich, dass eure Videos nicht monetarisieren. Äh. Nicht ähm. Jugendfrei sind so. Oder halt. Ihr wisst, denke ich, dass das meine. Ja. Also nicht monetarisiert werden können. Also ich bin sehr so wichtig. Ich verdiene kein Geld. So jetzt nicht, sondern so. Wegen diesen ganzen Schimpfwörtern so. Deswegen. Ich juckt mich immer noch nicht. Naja. Ich werd hier nichts rauspiepen, Leute. Naja. Hey, davon wird's halt nicht mal besser, ne? Ja. Hab ich ja auch gemacht, dass das deswegen auch demonarisiert wird. Ja. Ich will keine Bibi werden. Ja, das ist auch überzockt, finde ich. Aber wenn's nur mal sein muss. Ja, weißt du, das wird bei mir so hart abfuckt sein, weil ich werd mir rotes Glas holen. Naja, das ist ja nicht schwer. Du kannst auch einfach copies. Ja, ich bau mir mein Zimmer. Ich bau mir mein Zimmer in diese Richtung hier, ja. Ich bin grad neben mir, okay? Ja. Oder, oder warte mal, kann ich irgendwie? Lass so ne direkte Verbindung einfach zwischen den Häusern machen. Naja, ich hab jetzt nur nicht so viel Holz. Ich hab richtig viel, ich hab mehrere Stacks. Naja, ich hab halt 130. Ey, ich brauch auch nicht mehr so viel, deswegen hab ich mir auch nicht so viel geholt. Deswegen hab ich mir nur 44 unverarbeitetes Holz geholt. Was ist hier mit ner Sterne? Jetzt kann man ganz genau ein Stack holen. Unverarbeitetes Holz? Ja. Nö. Das sehe ich selber gar nicht. So, jetzt. Hat Manu Glowstone mitgenommen? Nein. Wie kann man noch Zimmer beleuchten? Ähm, mit Fackeln, aber... Alter, hast du das für ne Spinne? Was hat die für große Beine? Ja, als ob da neun Goldäpfel drin sind, ey, weil... Leute, ich könnte mir ein OP-Apfel machen. Aber wem gehören die? Ja, die waren gerade vier Creeper bei mir. Ich nehm jetzt einfach mal heimlich einen weg. Wem auch immer diese Kiste gehört. Manu ist eine. Ja, der wird sich schon nicht wundern. Ich hab ja so Gold... Das Gold von ihm lasse ich. Ich will mir nämlich ein OP-Apfel machen. Und wo kann ich meine Bude hinbauen? Äh, grad neben mir, also... Ne. Ne, 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 wait. Du musst... Ne, Leute, wir machen's so. Jonah, kannst du da eins ab... Jonah, kannst du bitte deinen Weg abbauen? Wieso? Weil wir werden... Meinen Weg nehmen. Nach rechts, nach links und so. Muss ich überlegen. Ja, Spaß, nein, kann ich machen. Jonah, spring noch den Weg rauf. Alter, warte, ich mach mir noch schnell etwas. Ich werd mir jetzt etwas machen. Das ist mega schlau, was ich jetzt machen werde. Was ist? Hä? Kann man sich hier keine OP-Apfel craften in der 1-Würze mehr? Hä, das ist gegen mit nem normalen Apfel. Jonah, nicht mit nem Gold-Apfel. Achso, ja, stimmt. Ich bin ja blöd. Wieso versuch ich das mit nem Gold-Apfel? Keine Ahnung. Ich... Player. Hehe. Egal. Ja, dann hab ich schon mal die benötigten Gold-Blöcke für... Äh, den OP-Apfel. Ich brauch jetzt nur noch ne normaler Apfel. Also, Leute, hat jeder von euch ein Bett? Nö. Ich hab keine Wolle gefunden. Ich auch nicht. Ich hab nur das eine Bett. Äh, ja, wo soll ich denn jetzt mein Haus bauen? Also, du gehst jetzt zu dieser Seite hier. Und Dylan, du gehst in bitte in... Hier. In diese Richtung. Dylan, du gehst in diese Richtung. Ich werd dir ein bisschen helfen. Ja, mach das. Äh, kannst du mich schnell bauen. Warte, hier will ich auch noch lang bauen. Ah, ich muss mir noch Zäune craften. Ja, nicht schnell. Jan kann ich noch ein bisschen breiter bauen, also dass es noch so ein bisschen an deinem Haus ja anknüpft. Äh, ja, okay. Machen wir einfach so ein Riesenhaus, dass wir einfach solche... Ich hab so ein Zimmer. Ne, wir verbinden einfach die Zimmer. Dass hier einfach nur Türen sind. Das mein ich. Ja, der Platz würde mir jetzt reichen. Ja, wait, ich hab genug. Äh, das so machen, dass unsere Häuser sich jetzt einfach verbinden, weil das sieht geil aus. Ja, ja, okay, okay, lass uns machen. Hm, dann brauch ich hier schon mal. Okay, Jonah kann schon anfangen. Ah, warte mal, ich hab ne Idee, wie ich das mach. Ich kann mir Sex craften. Jo, das passt. Ach Mist, was mach ich denn? Sobald mein Haus fertig ist, ist die Folge by the way beendet. Als ob. Ja, die ging jetzt richtig lange. Wie lang geht meine denn? Oh, das ist die nächste, das kleinste. Lass, nein, das kleinste Mai. Dann brauch ich jetzt nur noch das Dach. Wie mach ich das? Dylan, ich hab bei dir mal so ein... Egal, ich lass es jetzt erstmal so. Ich hol mir jetzt erstmal meine Hunde. Eins, zwei, drei, vier... Hey, wo ist der fünfte? Ach, da. Jonah hab ich bei dir übrigens auch gemacht. Ja, wie soll ich jetzt hier rein... Ach so, okay. Äh, hast du noch Fackeln oder so? Irgendwas mit für Licht? Ich hab... Äh, ne. Ich hab ganz viele Fackeln. Kannst du mir ein bisschen droppen? Ich brauch auch ein bisschen. Ich kann die Kohle geben. Ja, okay, pass. Bräuchte ich auch noch. Jonah, hier. Warte, ich werd den Hund noch herloggen. Gut. Du kommst dir mal da. Danke. Hat jemand jetzt ne War nicht? Mach mich ne sehr weiter. Ja, ich werd schnell den Enchant erholen. Und die ganzen Höfen. Ah, die ganzen Höfen... Wer hat die ganzen Höfen mitgenommen? Äh, ich. Nein! Oh, ich bin doch runtergefallen. Leute, wenn ihr euch Wasser holen könnt, dann macht es. Dann habt ihr so'n, äh, Weg einfach. Das ist megageil. Was ich jetzt mache. Das sieht doch gut aus, finde ich. Alter. Das sieht richtig cool aus mit Shader. Das muss ich mal kurz meine ganzen Hunde durchzielen. Jetzt hab ich so'n privaten Weg einfach nach oben. Eins, zwei, zwei, drei, vier. Okay, sehr gut. Sechs. Hunde. Jetzt sind wir wieder am Stort. Hund! Herr, Mr. Burns. Ich werd den Enchanting Table so in die Mitte von uns allen stellen. Mach das. Ich hab's gerade dazu. Okay. Dann mach's euch. Gut, dann würde ich sagen, passt das so. Dann werd ich an der Stelle jetzt die Folge beenden. Wir werden die jetzt noch ein bisschen privat weiterbauen. Und in der nächsten Folge werd ich dann versuchen, einen normalen Apfel zu ergattern. Und dann werd ich mir daraus einen OP-Apfel machen. Das ist die Challenge für das nächste Video bei mir. Habt ihr jetzt alle noch einen schönen Tag. Haut rein. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.